Flug Rolf, das ist der Flug Rolf. Wie geht es dir jetzt so vor dem Starten? Hervorragend, so wie immer. Ich bin richtig geil auf meinen ersten Flug in diesem Jahr. Ja, und hast dich gestern gut vorbereitet, das habe ich gehört. Ja, die Bedingungen sind heute auch perfekt hier. Gutes Doping. Ja, der Beste, der heute Nacht drinnen gewesen hat, hat da einen Knoten rein gemacht hier. Ja, der Allen, der gibt dir Aufgaben, so wie immer. Genau, schön.